So, und dann muss ich, ähm, den Sturz vollziehen, damit ich jetzt das mit Sora auch noch machen kann, weil mit Sora muss ich jetzt den Kampf auch noch machen, ob ich will oder nicht, und ich will. So, sehr schön, wir sind ja schon beim Kampf. Ich denke, jetzt habe ich auch mal genug Sturzzeit, um den hier kaputt zu machen. Der andere war ein bisschen fieser auf jeden Fall, weil der halt so weit in der Luft oben war. Der hier ist eigentlich recht gemütlich, würde ich mal meinen. Uh! Au, au! Nicht mich hauen, nicht mich hauen. So, jetzt kann ich hier wieder irgendwas mit ihm machen. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt. Ich hoffe, es hat ihm ein bisschen weh getan, dass ich ihn da rumgeschmissen habe. Okay, er hat nur noch einen Balken. Nur noch ein Balken. So, können wir einen Miauhauer machen? Nein, können wir leider nicht. Oh nein, jetzt sind wir auch hier. Aber egal, wir haben es geschafft. Yeah! Riku! Hold on, Sora Joshua Hello, Neku How long the days without you have felt Rime, I'm glad you're okay Neku, do you know this guy? Yeah, Joshua He's my friend Okay, are you the one who took Rime away? And why do you know my name? If you'd like to settle down for a sec, I'll field your questions one at a time Let's start with Rime I'm hanging on to her dreams for her They're my portal Huh? Let's just say her dreams are a gateway between worlds Oh Next question How could I possibly know your name? Then where is he? He's right inside this projection In another imagining of this world You mean Another Traverse Town? Can I get there with your portal thing? Sad to say It won't work for you My portal thing My portal thing only opens for the one with Rime's dreams In this projection You're seeing another chain of events In another world trapped by the Dream Eaters As for how the world got split in two I have a feeling you'll need to ask this guy Him again Who's that? Beat Shiki Riku Riku Schädelklopfer Schon wieder Okay Bekommen wir immer dasselbe Schwert In their world Something happened Something happened that brought their existence to an end To keep them from fading altogether I gathered up the very last remnants of their dreams And looked for a place to give them refuge It was then This world appeared to answer my call And Rime's dreams allowed us to reach it Here I thought they might have a chance That the pieces of their dreams Could make them whole again Imagine my surprise When I realized dreams take bodily form in this world It struck me By linking their dream pieces back together Maybe I could make them exist again Maybe I could give them another chance It can't be that simple Well Why can't it? By ourselves We are no one It's when other people look at us And see someone That's the moment we each start to exist All they needed was for someone to see them Connect with them And the two of you Were a big part of making it happen Joshua Just Who are you? Heh Let's say A friend What's in your head now Drop in one hour Have you ever thought such a day would come Oh Huh Oh Hm One dream is connected to another Which means we must choose in which sleeping world you will begin I will return you to the destiny islands Just before they were swallowed by the darkness And plunged into sleep Once dreams take you You must let them guide you to the sleeping worlds As there are seven pure lights There are seven sleeping keyholes Unlocking these will both grant you new powers And free the worlds from their wakelessness Complete this task And return here safely And I will name you both True Masters So Das haben wir jetzt geschafft Yippie Was Wir haben nur 50% der Schätze gefunden Ach du meine Güte Egal Das haben wir auf jeden Fall geschafft Die Stadt Travers haben wir erledigt Und zwar erfolgreich Jetzt will ich mal gucken Was ist das denn La City des Glocks Oder was Paradies der bösen Buben Der Raster Okay ich würde sagen Wir fangen mal hier mit an Das hat Kampfstufe 10 Ich denke das ist super Und jetzt müssen wir wahrscheinlich den Sturz machen oder Ja wahrscheinlich Ich mach mal die Welt besuchen Mal gucken was passiert Ja wir müssen wieder den Sturz machen Ach ja Achtung fertig los Okay Ist ja bisher noch ganz einfach Wow Das war nicht ganz so clever Wow okay Nein euch will ich nicht kaputt machen Oder vielleicht hätte ich sie auch kaputt machen sollen Ich weiß es nicht Oh shit Oh shit Okay Lieber hier Sicher ist sicher Moment Ach das gibt's doch nicht So jetzt aber Okay So der Ring ist offen Ich seh nix Oh Gott Aua Was soll ich denn da durchkommen Bei den ganzen Monstern Nord Nebenbei So okay Geschafft Wow 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 Okay Sehr schön Egal Der Ring ist offen Alles andere Interessiert mich nicht mehr Ich bin so schlecht In solchen Minispielchen Oh Mann ey Ich hasse Minispielchen La City De Clocks Oder so Oh mein Gott Der Glöckner von Notre Dame Ist das Stop What Who Me I've never seen you before Your name I'm Sora Such disgusting attire I know what you are Judge Frollo Sir What is the matter Captain Phoebus Can't you see I am interrogating this gypsy This kid here But sir He's just a boy I shall be the judge of that Now Captain Did you have something to report to me Or did you not Yes sir Monsters They've invaded the square Monsters I'll take care of it Hey wait It's not safe This city is overrun For decades I've worked to purge the city Of those wretched gypses And now the streets Team with even more Disgusting vermin That threaten law and order Äh Was Rutsche die leuchtenden Linien entlang Und füge dabei getroffenen Gegnern Schaden zu Muss ich das machen? Wenn von einem Punkt Mehrere Linien ausgehen Benutze L Um die Richtung zu wählen In die du weiter rutschen möchtest Kann ich nicht einfach Ganz normal auf dem Boden rumlaufen Okay Meine Lieben Wir sind also hier angekommen Beim Glöckner von Notre Dame Sozusagen Also so hieß der Film Ich speichere erstmal Das finde ich natürlich gerade richtig cool Hey Hier ist mein Shop Ach ich habe ja ein neues Schwert Wartet mal Ups Das wollte ich nicht Verdammt Ich suche schon wieder mein Menü So Items Wie kann ich das eigentlich ausrüsten? Schlüsselschwerter Ah So habe ich es ausgerüstet Sehr schön Traumfragmente Okay Okay Und Vorrat Ja ich habe gerade aus Versehen Eine Ähm Dingens Gedingenst Gruppe ändern Was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Ne wir haben immer noch nur die drei Und die haben wir dabei Dann ist ja gut Gut Ihr seid so süß Aber jetzt werde ich nicht mit euch knuddeln Gut In welche Richtung muss ich? Wahrscheinlich in die Richtung da einfach Hier oder? Geh schnell zum Platz Nein okay Ich muss wahrscheinlich hier in die Richtung No Haha Haha I knew it was Dreamer What are you doing? You need to run Oh no I couldn't Today's the festival And look I'm the king of fools Wasimodo! Es ist mein Meister. Nein! Oh, bitte stop! Warum nicht alles wie ich wollte? Es ist mein Meister. Wer bist du? Esmerelda, ich bin ein Gypsie. Danke, ich bin Sora. Gypsie Witch. Okay, jetzt hast du meine Atenung. Wir können kämpfen. Schalte die Traumfänge aus. Ja, das kriege ich ja wohl hin. Bam! Den Elefanten sollten wir schon mal durch die Gegend schleudern, damit er stirbt. Sehr schön. Ne, das bist du ja. Na, na, was ist das da für eine Kugel? Ah, okay. Oh, warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Was bringt mir das? Wenn ich das nur wüsste. Es hat mir geholfen, dass ich da rausgekommen bin. Oh, Stufe... Was? Ich bin jetzt Stufe 6. Ach du meine Güte. Was soll ich das denn hier überleben? Oh, große, große Viecher. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Au, 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 au. Na, geht doch. Endlich. Und nochmal. Und nochmal. Juhu. So, sehr schön. Au, 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 au. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ach, okay, das ist gut. Oh, ich habe irgendwas gemacht dadurch, ne? Wow, was treibe ich hier? Also, ich weiß manchmal selbst nicht, was ich mache. Das ist gut, oder? Ach, Mann. Dumme Nashörner hier. Na, es geht doch. Ein bisschen schwierig, weil ich anscheinend ja nur Stufe 6 habe. Aber es geht. Quälefant-Rezept. Okay. Das ist dann wahrscheinlich für den Elefanten. Ich wundere, ob der Mann okay ist. Quasi... Was war das? So, suche Quasimodo in der Kathedrale. Okay, aber vorher gucke ich mir das hier an. Besiege alle Geister, besiege alle Geister in 20 Sekunden oder weniger. Oh, das schaffe ich doch nie. Niemals. Nicht in 20 Sekunden oder weniger. Ich gucke mich erstmal so hier oben. Ich meine, diese Portal-Dinger da, die kann ich ja immer noch machen. Hier haben wir zum Beispiel eine Kiste. Da war mal eine Potion drin. Oh, hier geht es ja sogar schon weiter. Das wollte ich gar nicht. Gehe ich nochmal wieder zurück. Ich glaube, das war auch das, wo ich hergekommen bin. Hier ist noch eine Kiste. Eistraumtüte. Da hinten ist noch eine Kiste. Ein Ballon. Also gerade die großen Plätze hier müssen wir gut absuchen und abklappern. Da hinten ist noch eine Kiste. Wer hätte das gedacht? Block Schoko. Okay, da bin ich aber noch nicht rein. Falls ich da überhaupt rein kann. Kann ich da überhaupt rein? Ja, ich kann da rein. Das ist natürlich lustig, aber ich weiß noch nicht so genau, wofür das gut sein soll. Hm. Naja, wie dem auch sei, ich gehe jetzt hier erstmal in die Stadt und gucke mich da nochmal um. Level noch ein bisschen, beziehungsweise, ja, schaue mich hier erstmal noch nach den Kisten um. Weil die würde ich schon noch ganz gerne alle... Was ist denn jetzt hier? Soll ich das irgendwie kaputt machen? Soll ich da drauf hüpfen? Wooh! Aha! Aha! Süß. Lasst, unsere WC, oder? Da ist doch gar買v Polizei. Nein, ich schaue hier. 100 만든 K хорошийтер Sung. Woah. �